Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn mit Chantal LaFishy, keinem Doge wie in der alten Vergangenheit. Und vor einer Woche nur ein Part, der 14 Minuten ging bei mir. Vor einer Woche? Ja, ich denke mal das ist eine Woche her dann. Ist ja wieder ein gerader Part, oh mein Gott. Denn Fraps meinte so mitten... Aber gerade Part kommen wir am Wochenende, also am zweiten Tag in der Woche. Weil du einmal keinen Bock hattest aufzunehmen und dann keinen extra Part hochladen wolltest, damit wir im Rhythmus sind. Obwohl die kann man Wochen anfangen, das heißt die kommen, richtig. Ja, sag ich doch. Ja das heißt, es stimmt, jetzt ergibt es Sinn. Lies du, ich bin einfach gut. Naja jedenfalls kam im letzten Part zu wenig, weil Fraps auf einmal meinte, nö er nimmt nicht weiter auf, ich weiß nicht warum genau. Wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr es bei mir gucken, gg. Genau, ich werde den Part da drunter verlinken. Ich werde es mit reinschreiben. Ich hätte bei der Aufnahme noch mein Menü an, das ist sehr professionell. Was musst du? Am Anfang der Aufnahme wollte ich gerade mein Menü noch an, also das Pause-Menü. Oh, guck mal, ich falle jetzt alle hin! Oh Gott, Alter, ich kenne diesen Skill. Guck mal, ich liege etwas auf dem Boden! Hast du es gesehen, wir sind einfach umgekippt? Oh Gott, lag das! Too much Effekte! Oh mein Gott! Fast gestorben. 26 FPS, geil! Haben wir eigentlich die Rotting Soldiers fertig? Ja, schon lange. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, du Gensalzer, ich habe danach noch gesagt, wir müssen neue Quäses machen mit Flash-Robert-Mutons. Die habe ich ihn überhaupt nicht gesehen. Ich habe das Spiel ja schon ein bisschen. Ich kenne das Spiel ja schon ein bisschen. Äh, ich habe die gestunt. Dann geworfen möchte ich die gerade nicht. Okay, dann habe ich sie weggeworfen. Jetzt sind wir in Burwich Village und hier haben wir das Portal, wo wir Gegner töten müssen. Hier sind Flash-Work-Butchers. Harbin? Zwei. Erster ist tot. Zweiter ist tot. Zwei von 15, oh nee, Alter. Warte. Warte, da kommt noch mehr? Ja, wir müssen das Portal hier sichern. Ist das erste Portal, was wir sichern müssen. Bin tot. Machst du Portal? Wieso man auch immer wieder in Crossing Hill aufsteht? Weil's cool ist. Äh, da ist Crossing. Eigentlich nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Meine Freunde pennen schon wieder? Oh shit. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Ich komme, ich komme, ich komme. Oder halt auch nicht. Wenn das Portal noch länger laden will. Oh, ein Bossgegner? Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott, ich habe nur 9 FPS. Oh mein Gott, ich bin so oft tot. Okay, ich habe immer nur 8 FPS. Hä, was ist los hier? Es gibt zu viele Gegner. Bin schon wieder tot, ich war One-Hit. Ich nicht ganz, aber ich krieg auch krass auf die Fresse. Ich bin so gut wie tot. Und ich lebe wieder vollkommen. Ich habe selbst hier nur 9 FPS. Oh ja, der Lasoscreen ist stabil. Ha, gedooged. Bitches. Hilfe. Freddy. Ich habe nur die roten Zeug ausgerechnet, das roten Zeug ist böse. Das Spiel laggt extrem, ich sehe gar nichts. Du hast 20 FPS. Ich habe 11. 100 FPS. 2. 2. 4. 2. Nice. Blau? Ach schon hab ich keine Physik-Skill. Hab ich schon gelevelt? Nein, hab ich nicht. Nice. Ok, jetzt geh ich nur einmal hier rauf. Und nochmal auf Blitz. Und mein Stun nochmal. So. Jetzt haben wir das Portal. Bist du scheiß blau oder? Welcher Scheiß? Nein, das ist einfach nur Magic Arm. Also Magic. Blueprint Hollowfang. Ich hab Blueprint äh... Swamp Watch? Silk Watch? Irgendwie sowas. Du kannst dich einfach lernen. Ja? Ein Rechtsklick drauf, ja. Achso. Ja, ich dachte das ist so wie eine Formel, dass man irgendwie einsetzen muss. Dachte ich auch. Dann mach ich das bald. Wo bist du? Ah, da oben. Ich bin hier in einem Haus drin. Du musst drei Heiltränke in diesem Kampf benutzen. Oh, hier sind Ezra Crystal. Ich hab insgesamt noch zwei. Alter, mit Kirche gestern der Stream war die Hölle ey. Ach ja, ihr habt ja gestern den Stream. Ja. Also gestern ist ja für uns schon ziemlich lang her. Ja, zwei Wochen. Wir haben erst Hardest Game Ever gestreamt. Oder World Hardest Game. Wo Kirche dann direkt rum geflamed hat, weil das Spiel halt keine korrekten Hitboxen hat und nichts. Das Spiel ist echt hart, Alter. Das ist ein richtig hartes Spiel. Das können wir auch noch mal streamen. Ähm, ne. Wenn du Lust hast auszurasten. Ne, ich hab lieber, ich hab mehr so Spiele, die mir auch Spaß machen. Also mir hat das gestern ziemlich viel Spaß gemacht sogar. Kirche nicht. Ich hab's auch weiter geschafft als Kirche ohne zu Level zu überspringen. Aber Kirche hatte dann nach ein paar Versuchen immer keinen Bock mehr auf ein Level. Und dann haben wir irgendwann angefangen, ein bisschen Hexagon zu streamen. Worin ich extrem schlecht bin. Und er halt extrem gut und deshalb hat er wieder Spaß dran. Oh mein Gott, wo bist du? Hier. Ready, do things. Mach ich. Tank so viel ich kann. Oh, ist auch Level 17. Na, ich bin schon ein bisschen länger gelevelt jetzt. Fast gestorben. Einen halt halt noch. Soll ich ein paar abgeben? Ja, aber ganz nett. Oh nein. Versuchen wir gleich mal an so eine sichere Stelle, wo wir das machen könnten. Im Westen hier innerhalb von 1000 Gegnern. Eine Food Ration. Gott, ich hätt Bock Magikar zu Let's Playen. Kann man das mit mehr Leuten spielen? Ja. Lass machen. Hast du Magikar? Müsste ich. War da in irgendeinem Bundle drin. Ja. Kirche da sogar auch. Aber ich weiß nicht, ich mag Kirche gerne, aber mit ihm irgendwas streamen ist immer richtig anstrengend, weil er nie Zeit hat. Oder nie Lust. Streamen oder Let's Playen, was meinst du? Äh, Let's Playen. Ja, du hast gerade streamen gesagt, weil ich gerade viel gehört, ja. Magikar könnte man noch streamen. Ja, ne, nein würde ich nicht sagen, also. Ich finde das ist nicht interessant für Streamen, sowas. So ein Story. Das ist ein bisschen so ein Moment, ich geb dir immer ein paar Eiltränke. Ich kann die ja nicht rauswerfen. Ich hab alle aufgesammelt wieder. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Kann ich, äh... Sag mir einfach, wie viel ich aufsammeln soll. Sommst du jetzt alle auf? Oh mein Gott, ja. Es ist doof. Kann man nicht irgendwie mit Shift-Klick, nein. Ich hab zwei gekriegt. Ja? Lauf einfach ganz schnell weg, wenn du die rausgeworfen hast. Wieso? Ja, dann sammelst du die nicht wieder auf. Hä? Ich hab meine 18 wieder. Ich hab zwei. Ja gut, dann hast du einen bekommen von mir. GG. Ähm. Wollen wir in den Keller gehen jetzt erstmal, oder? Wollen wir erstmal die Schritt weiter kommen? Obwohl, ne, wir haben unten noch einen großen Teil, den wir machen sollten. Ja. Wenn wir die Keller machen, oder so. Alter, das sind richtig viele Keller, halt mir gerade auf. Wir haben auch noch zwei mich noch wunden. Alter, das geht schon ziemlich hart ab, wenn wir kämpfen, also 16 FPS. 23, 24 etwa. Und das mit so einem Rechner, Alter. 22, 21. Wir haben jetzt nur wirklich keinen schlechten Rechner, Alter. Ja. Du, du jetzt ein bisschen besseren sogar noch als ich. Das ist nur eine neue Grafikkarte. Ja. Das macht dein Rechner. Oh mein Gott, nein. Boss Fledermaus. Töten wir. Wir müssen auch die kleinen drumherum ficken. Geil. Hiss ich keinen Hinfall. Oh mein Gott, ich bin da fast gestorben. Da sind zwei Boss Fledermäuse. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich hab Bonesnall hier und den anderen auch. Oh mein Gott, Spiddle Ease. Hilf, 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 hilf. Zank. Ich kill gerade erstmal alles drumherum. Der eine, der eine buckt die ganze Zeit neben mich. Alles andere ist tot. Ich mach mal die pinke. Ne, ich mach erstmal den normalen. Ich bin tot, ohne dass ich angegriffen wurde. Ja, die, die, die schwarze Fledermaus irgendwie komisch ist. Irgendwie plötzlich neben, die hat töntet dich. Ja, machst du ein Portal? Ist offen. Mein Spiel ist dann verstürzt. Bin ich dein Ernst. Doch, komplett. Bis gleich, Leute. Wir kommen zurück. Ähm, wir mussten dann nochmal alles neue erkunden. Weil das Spiel so mal natürlich... Ach, der darf speichern. Tja, ich denke mir so, du spielst ein bisschen lange, gönnen wir dir mal ne kleine Pause. Muss ja auch sein. Das war natürlich, das war natürlich alles Freddys Schuld, mal wieder. Das ist fast immer Freddys Schuld. Natürlich, aber mein Spiel hat sich nicht geschossen, ne? Immer. Alles. Und, 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 und... Wenn in Afrika kleine schwarze Kinder sterben, dann ist das Freddys Schuld. Ja. Ich weiß. Das ist doch gut geplant. Und hier waren die riesige Fledermäuse. Und hier waren die riesige Fledermäuse. Und die sind nicht mehr da. Gut. Aber dafür ist einer von denen da. Das heißt, wir haben extra Kill bekommen. GG Freddy, GG. Ja, wir haben aber auch 4 abgezogen gekriegt, oder? Ne, 2. Nein. Bei 12 waren wir. Wir hatten hundertprozentig 11. Wir hatten hundertprozentig 12. Einhundertprozentig hatten wir 11. Wir hatten hundertprozentig 12, weil während du, ähm... Also während das Spiel abgestürzt ist, waren dann noch 2. Nein, da waren keine. Klar, da waren 2 Stück. Nein. Doch. Nein, da waren nur Fledermäuse. Nein, da waren auch diese Viecher. Da waren Fledermäuse und die brennen Viecher. Die großen Fledermäuse und 2 von denen. Oh, ich hab eine Luke gefunden. Wurde ich nicht unbedingt rein? So, ähm... Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal... Wie lange haben wir eigentlich noch? Äh... 8 Minuten. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal... Oh Gott, hier oben ist noch eine Insel. Nein, ist da noch so aus. Ich muss hier unten noch ein bisschen gucken. Oh, mein Spieler-Grab liegt da noch. Okay, ich hab eine Höhle gefunden hier. Hast du da eigentlich alles gekillt, wo ich gerade eben gestorben bin? Äh... Ne, ich bin einfach weggelaufen. Ich bin nämlich gerade eben schon wieder gestorben, weil ich einfach nichts vertrage. Und dadurch halt einfach nochmal gestorben bin. Hm, mir fehlt hier auch noch so ein kleiner Teil, muss ich sagen. Muss ich mal kurz hier durchgehen. Da hat was geleuchtet. Ne, das ist nicht. Schade. Du bist Traitor, du hast gerade gefunkelt. Du bist Traitor, du hast gerade gefunkelt. Ne, geh ich da einfach hoch? Aber ich glaub wirklich? Ne. Doch, hab ich glaub wirklich. Ich bin gerade wo du bist. Hm, komm jetzt gerade wieder dahin, wo du bist. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken da oben jetzt noch. Da oben war ich noch nicht. Auch nicht, da über dem Haus, ne? Mhm. Ich würde dich ja angreifen, glaub ich. Ähm... Durch das Haus, ne? Schöne Abkürzung. Links war ich auch noch nicht. Links war ich schon. Deshalb sind hier auch noch Viecher. Ja, die hab ich nicht getötet. Ich geh an hier vorbei. So lässt er die gute XP stehen, ey. So, jetzt haben wir hier alles außerhalb erkundet. Ist auch schön. Okay. Jetzt hab ich ja auch gleich alles erkundet. Und in der Mitte fehlt mir noch ein kleiner blauer... äh, ein kleiner schwarzer Punkt. Oh, ne. Wir gehen. Freddy, los. Wir sind besser. Ich bin noch nie. Die Party ist nicht so gut, lass uns gehen. Ich seh da keine Höhle hier. Ich seh da keine Höhle auf dem Wasser. Hier ist aber eine cave entrance. Da. Da gehen wir rein. Jo. Drinnen rein da. 5 Minuten. Smuggler's Basin. Ach du Scheiße, die sieht schon wieder riesig aus. Der Präsident ist viel mehr kräftig, als du hier dringst. Was? Der Typ ist 24, wir sollen hier rausgehen. Oh shit. Meinst du packen den nicht? Ne, das hab ich glaube ich mit meinem ersten Charakter auch nicht gemacht. Musst du suchen? Ja. Jolo jolo. Tank, do things. Er one-hettet dich bestimmt, wenn er trifft. Oh fuck. Jo. Er macht mir irgendwie siebenmal Schaden oder so. Bin tot. Ja, ich weiß. Ich glaube, den machen wir noch nicht. Meinst du? Bist du gestorben? Mhm. Ich doch nicht. Bist du geflüchtet? Ja. Pussy. Er ist gerade nochmal angestimmt gekommen, als ich rauskam. Er stand hinter mir. Ich dachte, er schlägt mir jetzt mal zu und töltet mich. OMG, Pussy. Ja du, aber du gestorben bist. G. Ich hab mich ja von ihm töten lassen. Äh, ich hab ein Portal, falls du hier nochmal in den Keller rein. Achso, ja. Wie lange haben wir noch? Hauptsache, in dem Portal ist es aber ein ganz anderen Ende der Welt. Vier Minuten. Ziemlich genau. Ja, dann schaffen wir das bestimmt nicht mehr. Egal, Jolo. Meinst du, die Kälte sind riesig hier? Oh mein Gott. Ja. Ja, ich find das super, die Türen einzutreten. Ja, das ist echt toll. Best Game Ever. 20 out of 5. GG. Die hier kann man relativ leicht verwirren. Das ist voll gut. Dann laufen die erst mal 10 Minuten lang nur im Kreis. Tja, die sind auch dumm. Ja. Meine Freunde stöhnen gerade hinter mir so ein bisschen rum. Läuft bei dir? Ich hoffe, er ist okay. Und sie ist so ein bisschen wach, glaube ich. Sie bewegt sich zumindest. Vielleicht ist sie sich auch ein Zombie geworden. Kann man nicht wissen. Wahrscheinlich. Nein, du sollst die Schnauze halten. Ich bin im Let's Play. Nein, du sollst die Schnauze halten. Gott, Alter. Mann, du weißt genau, dass mich nicht die ganze Zeit vorlabern sollst, wenn ich zocke. Zumindest nicht, wenn ich aufnehme. Komm schon, bitte. Gott, Alter. Du bist richtig gemein. Wieso bin ich gemein? Ich hab ja das schon 100 Mal gesagt. Du sollst damit die Schnauze halten, wenn ich aufnehme. Gott, Alter. Like a Kirschi einfach. Gott, Alter. Ich sterbe. Ja, Mann. Ich hab ihr das doch schon locker 100 Mal gesagt. Schon locker 100 Mal gesagt. Ich schnauze halt so, wenn ich hier arbeite. Nimmst du ein Kind aus. Was interessiert sie einfach überhaupt nicht? Was hast du an halt die Schnauze nicht verstanden? Oh mein Gott, ey. Und das ist der liebe Fisch. Ah, ich bin der liebe Fisch. Scheiße, in Aufnahmen bin ich ja eigentlich immer der nette Mensch. Ja, das meine ich ja gerade. Wir haben da hinten noch nicht gekundet, ne? Ja, ich weiß, da müssen wir hin. Hier geht's mit im Kreis. Oh, ich brauch ganz drück eine 2-Zimmer-Wohnung, in der ich 1-Zimmer-Wohnung zum Aufnehmen hab. Oh mein Gott. Und 1 für Sachen. Was? Und 1 für Sachen. Zum Beispiel Schlafen. Zum Beispiel Gärtnern. 1 Zimmer für Gärtnern. Okay. 1,5 Uhr zu sterben? Nee, nee. Nicht so interessant. Total ist offen. Danke. Oh Gott, es ist hingefallen. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Oh Gott, warte. Kurz Aufnahme neu gestartet. Alter, es ist so nervig, die Aufnahmen dann danach immer zusammenzubasteln und zu gucken, ob... Oh, okay. Hier kann man wieder raus. So kann man übrigens auch in die Stadt rein. Oh, cool. So was mag ich. Hm. Hier können wir auch nochmal in den Keller reingehen, aber wie lange haben wir noch? Ähm... 45 Sekunden. Komm, YOLO. Wir machen den Keller aber nicht mehr fertig. Du stehst bei mir auf der Stelle. Hä? Du stehst bei mir im Haus auf der Stelle. Du bist schon wieder rausgegangen, im Keller. Ich bin jetzt im Keller. Moment mal. Achso, das ist... Ach, das ist... Das ist derselbe Keller, nur dass da was verschüttet war. Das heißt, den können wir doch schnell fertig machen. Du hast das Spiel verlassen. Danke. Bitte. Gut, dann würde ich sagen, das war's, äh, für diesen Part. Ja, also ich mach grad noch den Keller fertig. Weil das nur noch ein kleines Abteil. Also ein kleiner Gang. Ja. Dann hören wir den noch zu Ende zu und dann, äh, geben wir auf. Gegner. Da seht ihr übrigens mal, welche Versionsnummer. Das ist Version 0.3.3.3. Also 0.3.3.3. B24. Und das war übrigens grad noch der Timer. Okay. Und ich bin jetzt auch beim letzten Gegner, ist mir ja fähig. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Hau drinnen, ciao. Tschüss.